Positiv, Lieutenant. Sind in Position. Perfekt. Keiner rührt sich, bis ich den Befehl gebe. Klar? Wir krallen ihn uns, sobald er rauskommt. Okay, Lieutenant. Zum Glück hat die Streife den Waden gesehen. Was macht er da drin? Wer weiß. Sie sind hier der Profiler. Sitzen direkt im Hirn des Mörders. Das ist es ja. Was ich von Ethan Maas weiß, passt überhaupt nicht ins Profil des Killers. Die Geschworenen verlassen sich eher auf Beweise als auf ihre Theorien. Verdammt, was macht die Kleine da? Dein Maas rauskommt, das gefährlich wissen. Und jetzt? Soll sie raus? Nein, zurückbleiben. Äh, ist sie eine Mittlerin? Also das ist doch Madison, ne? Kennt man ja allein schon am Hintern. Die Polizei. Sie überwachen das Gebäude, in dem Ethan ist. Ne, doch nicht. Ich muss Ethan warnen. Die Cops kennen mich nicht. Ich könnte unbemerkt in das Gebäude kommen. Boah, shit. Das ist jetzt auch übelster Struggle, ne? Wir wissen ja nicht, ob es doch irgendwie Ethan ist. Im letzten Part hat er sich eine Fingerkuppe abgehakt. Oder einen ganzen Finger, ich weiß es nicht. Hab nicht hingeschaut. Aber er weiß vielleicht nicht, was er tut. Sie geht rein. Vielleicht wohnt sie da. Wie auch immer, da darf auf jeden Fall keiner rumhängen, wenn Maas rauskommt. Ethan, was ist los? Die Polizei, da draußen. Ich glaub, die wollen sie verhaften. Wir müssen woanders raus. Scheiße. Was macht der bloß da drin? Auf meinen Befehl geht's los. Wir müssen sofort hier raus. Die Cops tauchen jede Sekunde hier auf. Verdammte Kacke. Aber wo kommt sie auf einmal her? Ich glaub, da ist ein versteckter Gang. Oder ein Fenster da. Da können wir durch. Oh, ich muss mich beeilen, bevor die Bullen kommen. Ethan ist es nicht. Kann es nicht sein. Nein. Das ist viel zu offensichtlich. Am Anfang war es noch möglich. Jetzt nicht mehr. Irgendwie können es viele sein, ne? Vielleicht auch dieser scheiß Polizist. Aber nein, der würde sich dann ja nicht mit so vielen Leuten anlegen. Ich denke, es ist eine unbekannte Person. Wie? Es ist zu hoch. Stell doch die Kisten oder so dahin. Die Kiste. Wenn ich sie zum Fenster kriege, könnte ich mich hochziehen. Jan, warum nimmst du sie nicht? Oder gibt es noch irgendwo eine andere? Das Fenster ist zu hoch. Ich schaffe es nie, mich hochzuziehen. Ach, die. Okay. Beeilung. Zugriff auf meinen Befehl. Sie bleiben hier, Jake. Kommt nicht in Frage. Ich komme mit Ihnen. Zwei Männer an die Tür. Position halten. Zugriff. Los, jetzt. Mach das Ding auf. Beeilung. Der ist ja noch verletzt, ne? Logischerweise. An so gut wie allen Körperstellen. Oh nein, ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Er muss auf jeden Fall weg. Wenn nur sie drin ist, dann greifen sie vielleicht nicht an. Aber mindestens schafft es. In der letzten Sekunde. Okay. Aber wir müssen dann jetzt noch irgendwie flüchten. Beeilung. Schnell. Ich kann nicht. Scheiße. 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 Was jetzt? Ein Mann und eine Frau kommen aus der Gassenau. Scheiße. Die ist doch vorhin rein. Alle Mann runter. Was zum Teufel mache ich? Ich helfe einem Pflichtigen. Ich muss komplett durch... Die U-Bahn. Wir haben die Cops am Arsch. Keine Chance. Hinter diesen Laster da. Schneller. Toll. Ich habe alles versucht. Hätte man da überhaupt entkommen können? Gerade geht einfach alles schief. Schneller ging es nicht. Fuck. Wie zur Hölle soll man da so schnell zu dieser gottverdammten U-Bahn kommen? Aber egal. Die werden nichts rausfinden. Er ist es nicht. Er ist es nicht. Man hätte auf jeden Fall entkommen können. Aber ich glaube, dazu muss man wissen, was man zu tun hat. Und das wusste ich halt einfach nicht von Anfang an. Ist ja klar. Mann. Und ich fand, ich war trotzdem ziemlich schnell. Ja gut. Okay. Wenn man natürlich die vorherigen Prüfungen schafft, dann kann man es schaffen. Ich bin nicht Ihr Richter, Ethan. Weil er dann nicht verletzt ist. Ich will nur das Leben Ihres Sohnes retten. Noch ist Zeit, aber nicht viel. Helfen Sie mir, Ethan. Was wissen Sie? Ich will ganz ehrlich zu Ihnen sein, Ethan. Ich glaube, Sie waren es nicht. Ich weiß, das klingt komisch, aber ich habe meine Gründe. Helfen Sie mir, Ihre Unschuld zu beweisen, denn es sieht nicht gut aus für Sie, verdammt. Schauen Sie, Ethan. Sehen Sie sich das an. Acht Fotografien. Acht Leben. Ausgelöscht. Ertrunken. Im gottverdammten Regen. Erkennen Sie ihn, hä? Ihren Sohn, Ethan? Das ist Sean. Er ist immer noch am Leben. Reden Sie, Ethan. Sagen Sie was! Reden Sie. Gott verdammt, Ethan! Wo ist Sean? Ich habe meinen Sohn gekidnappt. Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ich weiß nicht, wo er ist. Der einzige Weg, ihn zu finden, ist, mich gehen zu lassen. Ich bin der einzige Mensch, der ihn retten kann. Jetzt echt? Was ist denn jetzt los hier? Sie wollen ihn retten, ohne zu wissen, wo er ist. Das ergibt doch keinen Sinn, Ethan. Ich liebe meinen Sohn. Ich liebe meinen Sohn. Wenn Sie mich hier behalten, wird Horn sterben. Die Zeit läuft, Ethan. Im Ernst, mir ist Ihr Motiv egal. Ich will nur eins wissen. Wo verstecken Sie Sean? Ich weiß es nicht. Ich hätte ihn gerettet, wenn ich es wüsste. Okay. Ihre letzte Chance, Ethan. Diesmal überlegen Sie genau, bevor Sie antworten. Wo ist Sean? Ich sagte Ihnen, ich weiß es nicht. Hör auf mit diesem Scheißdreck. Komm schon, Arschloch. Darauf warte ich schon so lange. Komm schon, komm schon, Wichser. Komm, zeig's mir. Du bist es nicht wert, du Bastard. Damit werden Sie nicht durchkommen, Blake. So ein Schwachmacht. So geht das nicht. Ich setze Captain Perry von der ganzen Sache in Kenntnis. Wo ist der? Der Scheißkerl prügelt ein Geständnis aus Mars. Er will einen entschuldigen, auch wenn es der Falsche ist. Ja, ist klar. Der braucht einfach nur seinen Fame. Fuck, das Arschloch ist diesmal eindeutig zu weit gegangen. Ja, aber wo soll ich denn hin? Wo ist denn der Boss? Hallo. Ist das euer Scheißernst? Okay, vielleicht. Nein, 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 nein. Man bekommt auch überhaupt keinen Tipp und nix, ne? Wir haben den mal getroffen, aber da ist er hier einfach so rumgelaufen. Da sind ein paar Gefangene. Das interessiert kein Schwein. Was ist das? Was ist das? Sind wir von da gekommen? Nein. Nein. Wir haben gerade ein Geständnis aus Ethan Mars. Sie müssen etwas tun. Was ist wichtiger, Norman? Sean Mars zu finden oder dem Abschaum ein paar Kratzer zu ersparen? Wo gehobelt wird, der Fall nun auch mal spät. Verdammt noch mal! Ethan Mars ist unschuldig! Wir müssen Sean weitersuchen. Wenn wir noch eine Chance haben wollen, ihn Leben zu finden. Der Fall hat sich zu sehr mitgenommen, Norman. ein bisschen Urlaub würde Ihnen gut tun. Krass. Wie korrupt ist diese Polizei eigentlich? Was jetzt? Das ist leider nicht ungewöhnlich. Jetzt braucht er schon wieder was. Ja, aber wenn er das jetzt nimmt, kann er nicht mehr klar denken. Beziehungsweise er ist halt einfach nicht fähig zu arbeiten. Aber ohne halt auch nicht. Ich wollte es ihm by the way nicht geben, aber genau in dem Moment kam diese Scheißoption. Ich will, wenn ich noch nicht umgehebte, wenn ich mir die Frage stehe, So. Und wir werden, wenn ich mir hier. Ich kann mich umgehebte, Und ich will, und ich will, dass ich mich umgehebte, dass ich mich, wenn ich mich umgehebte, dass ich mich nicht umgehebte, Was soll das jetzt? Haben Sie Probleme mit dem Fall? Blake ist sicher, dass Mars der Killer ist. Sie nicht? Ich dachte, es gäbe dafür einiges an der Weißen. Das stimmt. Aber es macht keinen Sinn. Sein psychologisches Profil passt nicht. Genauso wenig wie sein Geoprofil. Dieser Mann ermordet nicht acht Kinder und entführt dann seinen eigenen Sohn. Mars ist nicht der Origami-Killer. Da wette ich drauf. Und wer dann? Ich habe keinen blassen Schimmer. Sie könnten doch nochmal in aller Ruhe Ihre Hinweise durchgehen. Genau das hatte ich gerade vor. Oh, da wäre noch eine Sache. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von... Sie wissen schon. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Ich gebe mir Mühe, aber... Es ist schwer. Und es wird jeden Tag schwerer. Es bringt Sie um, wenn Sie nicht aufpassen. Das wäre höchst bedauerlich. Hm. Was ist, wenn er der Killer ist? Wir wissen nicht, welche Drogen er nimmt. Vielleicht ist das irgendeine Neuartige, über die man nicht viel weiß. Und die einen dazu bringen kann. Ich meine, er ist FBI-Agent. Sie sieht ziemlich viel Scheiße. Und vielleicht durch diese Drogen... Hm? Wird er selbst ein bisschen inspiriert? Weiß aber natürlich nicht, dass er das macht. Haben wir irgendwelche Hinweise? Irgendetwas, was Ethan entlastet. Wenn ich wüsste, was jetzt von mir verlangt ist. Weil ich habe keine Ahnung. Ja, stimmt. Moment mal. Wir haben noch diese Fußspuren. Und das mit dem Auto... Alleine, das... spricht doch schon gegen, Ethan. Ja. Aber gut. Seine Frau hat ihn einmal draußen gesehen. Und er hatte eine Origami-Figur. Na gut. Kann ja sein, dass der Killer vielleicht ihn getroffen hat und... bemerkte, dass er nicht ganz bei sich ist. Und sich dachte, okay. Stecke ich halt ihm alles in die Schuhe. Sieh an. Es gibt etwas Neues. Die Videoaufzeichnung von Park am Tag, als Sean Mars verschwunden ist. Ich glaube nicht, dass da etwas drauf ist. Aber wer weiß. Hm. Können wir uns das irgendwie ansehen? Ja, da ist doch bestimmt irgendwo was. Ein Chevrolet mit übereinstimmenden Reifenspuren fuhr um 16.02 Uhr in Richtung Park und um 16.37 Uhr in die entgegengesetzte Richtung. Könnte mit der Entführung von Sean Mars übereinstimmen. Ist das der Wagen des Mörders? Ja. Die Reifenspuren passen doch auch zu dieser Dreckskarre. Es muss so sein. Es muss so sein. Schade, das Gesicht des Fahrers ist nicht zu erkennen. Natürlich nicht. Mehr haben wir aber jetzt nicht, ne? Crap. Nein, ich habe jetzt eine Entstehung. Ein gestohlenes Fahrzeug. Moment. Jackson-Navale wurde verdächtigt, aber die Anklage wurde fallen gelassen. Keine ausreichenden Beweise. Wer ist das? Jackson-Navale, alias Matt Jack, handelte mehrfach mit gestohlenen Fahrzeugen, gilt als außerordentlich gefährlich. Er könnte dem Mörder das Fahrzeug gestellt haben. Ziemlich vage Spur. Aber mehr habe ich im Moment nicht. Toll. Das ist wirklich nicht viel. Das einzige, was wir jetzt daraus ziehen können, ist, dass das Auto wirklich dieser Chef-Oli war. Mehr aber auch nicht. Das ist wirklich nicht viel. Das ist wirklich nicht viel.